und damit hallo zuvor war es da ist wir gucken mal rein ich habe ja schon mal die demo angespielt und jetzt haben wir die vollversion von den wittlern bekommen und ich sollte den ton noch einstellen und los geht's hatten sie unseren spielstand übernommen es hätte ihn übernommen aber er ist nicht kompatibel das heißt wir starten neu auf normal und Na, spiel, wütst du dich doch. Die Zukunft der Erde. Einstellungen, Spielpreise, Steuerrohr. Mausempfindlichkeit? Ja, besser. Okay. Okay. Haben wir noch irgendwas auf dem Boden? Hm. Ich gehe zum Planeterde zurück. Was soll ich mir das so an? Ich gucke, kriegen wir das auch in fünf bis zehn Jahren hin mit der Erde. Okay. Was soll ich mir das so ansehen? 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 Ich gucke mal. Oh. Bad luck. Ah, Festkörperbatterie. Was soll ich mir das so ansehen? Was soll ich mir das so ansehen? Okay. Okay. Kann ich hier vorher die alte Dose auch mitnehmen? Ich mag für einen Freund. Ja, kann ich. Leere Flasche. Mutzwasser. Ach, ein Medicpack. Mensch, Buddy, brauchst du was zu trinken? Ich mach dir gleich was fertig. Kondensator. Einfach ein Sektköder. Ja, Mücken sind was Tolles, nicht? Ja, Mücken sind. 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 Ja, Mücken auf. Ja, Mücken sind. Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein platziere in deinem luftschiff kann ich irgendwo auch baupläne abrikatur ich kann auch kein ich kann jetzt nicht sagen ich möchte um was bauen oder bett insektenfenne elektrokocher das kruppel printing completed Oh. Okay. Sportungsstation verwenden. Blicken. Leere Flasche. Leere Flaschen brauche ich. Es ist noch genug. Und peter die Flasche für ein Flasche waren. Da kommt das Flasche Aussieg bei Polis. Sie können es montieren. Wirifeieren nicht nur für die Flasche vom Immunدةil Bew youtuber. doch links sehe ich nicht wie viel material ich schon gesammelt habe ist körper hier was genau Ich habe das doch gerade gegessen, oder? Ach nee, ich brauche so viel, ich brauche so viel Nahrung einfach jetzt. Stell den Scanner her, Scanner habe ich doch gerade hergestellt, oder? Okay. 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 Gibt es hier ein Ausgabefach? Ich habe doch gerade einen Scanner hergestellt. Ah, hier. Ah, ich habe den, das ist die Forschung, das stimmt, ich erforsche das erst und dann kann ich es hier bauen. So. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, also ich kann nicht alles einfach lernen. Finde ich aber cool gemacht. Kann ich irgendwie auch Strom produzieren? Muss ich gleich mal gucken. Motor für Kraftstoff, Maschinenteile. Motor für Kraftstoff, Maschinenteile. Motor für Kraftstoff, Maschinenteile. Motor für Kraftstoff, Maschinenteile. Toot 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 Ich brauche den Motor. Okay. Motor. Die haben den Filter jetzt auf einmal Jus gemacht, okay? In der Demo konntest du so viel Wasser wie du willst damit herstellen. Die Gebäude kann ich leider nicht abbauen, also ich kann nicht wie in Minecraft alles unterlegen. Das funktioniert nicht. Erstelle synthetischen Kraftstoff. Ja. Kraftstoff. Ja. Ja. Ja.